Hallo Leute, es gibt eine kleine Ankündigung für alle, die Pokémon X, Y, Omega Rubin oder Alpha Saphir besitzen. Es werden demnächst weitere Event-Pokémon verteilt. Bei diesen Event-Pokémon handelt es sich um die vollentwickelten Yotostartern, Meganie, Tornobtou und Imperator mit ihren versteckten Fähigkeiten. Um sie zu erhalten, müsst ihr die zusätzliche Software Pokémon Bank besitzen und diese im Zeitraum zwischen dem 27. Februar und dem 30. November nutzen. Falls ihr Pokémon Bank noch nicht besitzt, könnt ihr sie euch im Nintendo-E-Shop eures 3DS oder 2DS runterladen. Meganie wird somit die versteckte Fähigkeit Flora-Schild haben, welche bewirkt, dass es vor Statusangriffen geschützt ist. Tornobtou dagegen wird die Fähigkeit Feuerfänger nutzen können. Mit der Fähigkeit werden die Wirkungen von Feuerattacken um 50% verstärkt, wenn es selbst von Feuerattacken getroffen wird. Und dazu nimmt Tornobtou auch keinen Schaden durch Feuerattacken. Und Imperator besitzt die Fähigkeit Rohe Gewalt. Dies bewirkt, dass zusätzliche Effekte seiner Attacken aufgehoben werden, diese aber 30% mehr Angriffsstärke erhalten. Um diese drei Pokémon nach Nutzen der Pokémon Bank auf Pokémon X, Y, Omega Robin oder Alpha Saphir zu übertragen, müsst ihr im Hauptmenü eurer Edition auf Pokémon Link gehen. Beachtet dabei, dass pro Nutzerkonto von Pokémon Bank diese drei Pokémon nur einmal übertragen werden können. Wenn ihr also Interesse an den drei besonderen Yoto-Startern habt, dann schnappt sie euch ab dem 27. Februar. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Pokémon Zocken.